So Leute, willkommen zu der nächsten Folge Minecraft auf dem Kanal hier, mit dem lieben Fabi an. Fa zu den, äh, keine Ahnung. Äh, wir müssen wegrennen. Ja, wir spielen, auf jeden Fall, wenn ihr es schon gesehen habt, Drehbo, ähm, 32 Leute. Und zwar hat sie liebe Chaos-Gang wie umbenannt zu Chaotischer Fabian. Finde ich sehr geil den Namen. So, ja, muss ich aber wahrscheinlich wieder erstmal eine Zeit lang gewöhnen. Ja, aber ich, ich wollte unbedingt was mit, äh, Chaos und Fabian verbinden. Chaotischer Fabian. Ja, finde ich sehr gut. Und davon außerdem schon erste Wahl. Also ist wieder Hashtag Chaos, Zeit wieder vereint. Ja, und vor allem, das kann ja auch so bleiben. Ähm, weil, äh, chaotisch und, äh, Chaos haben viel miteinander gemeinsam. Und, ja. Ja, ähm, ich hab noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar erstmal links laufen auch welche. Müssen wir aufpassen, müssen wir direkt Schwerder machen. Ähm, wie fändest du das, wenn ich so, äh, Videos mit auch bringen würde, zum Mittwochslog, wenn ich so zum Beispiel mir Sachen kaufe für den PC und die zum Beispiel aufbaue, wie Kabelkanäle oder so? Ja. Oh. 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 Was? Scheiße. Oh, also, wo ich dann sowas aufbaue. Ja. Ich finde es. Also, wie findest du die Idee? Also, ich weiß nicht, dass... Die kommen, die kommen, die kommen. Die kommen, die kommen. Die haben Schwert, die haben Schwert. Fuck. Fuck, ja, die... Lowground, Lowground, Lowground. Sieben, warte. Ja. Okay, eins, zwei, eins. Drauf, 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 drauf. Jetzt, weiter, lang. Wir gehen drauf, da, Alter. Ich hab' ich nicht verstanden. Ich wurde zurückgesetzt. Töte sind 2002, da sind zwei. Oh, da kommen drei, da kommen drei auf einmal. Scheiß drauf. Fuck, fuck. Duhut. Ja, hab' ihn. Duhut. Stell dir ein Herz. Ich hab' beide. Steven! Nein! Stell dir ein Herz. Das wär' so krass gewesen. Alter, egal. Ja, ich würd' sagen, lass' mir die Runde, oder wollen wir ihn neu aufnehmen? Äh, lassen. Okay, dann würd' ich sagen, bist du zwei Runde! Ja, ja, ja. So, wir sind auch in der 16er Runde. Ich würd' sagen, wir gehen jetzt einfach ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Sehr unfair, ja. Die ersten bauen schon das Holz ab. Wir müssen jetzt auch langsam was dran halten. Ich baue eins ab, du baust zwei ab. Ich mach' ich schaue, ich schaue, ich schaue. Mach, 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 mach. Schnell, schnell, schnell. Ja, er macht jetzt ein eigenes. Und dann direkt drauf, direkt drauf. Oh Gott. Nein, ich hab' einen Fichtleuchter überwacht. Das ist genau wie wir bewahre, Alter. Ich fass' auf, ich fass' auf. Vorsicht. Zack. Du hast'n Schwert, ne? Ja. Okay, ich bin bereit. Komm, komm, komm. Nee, links, 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 links. Komm, da sind zwei. Da sind, da sind zwei, die sich bekämpfen. Jawoll! Nein, erster, erster Tod. Ich lass' den Schwert droppen. Top, 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 schwer. Und den zweiten holen wir uns. Gemeinsam. Forever. Kannst du mich irgendwie pushen? Oder der ist schon der Border, der ist schon der Border, der hat nicht mehr bald. Ich versuch' den Weg abzugrenzen. Hab ihn, hab ihn. Jawoll! Nice, zweiter Kill. Okay, wir müssen jetzt trotzdem aufpassen. Ja, Essen. Ich hol' Essen. Ist wie ne kleine SG-Runde, Alter. Weißen immer nur 16 Leute sind, aber das Leben ist auch gar nicht mehr witziger. Alter. Pipi, api. Ich hab' hier in der Nähe auf welche gesehen, wir müssen aufpassen auf jeden Fall. Hashtag pipi und unge und lio. Davon, 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 davon sind zwei, davon sind zwei. Wollen wir die holen? Wollen wir die holen? Hab ihn. Sehr schön. Oh fuck, oh fuck. Geh zurück. Geh zurück, geh zurück. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Ich wurde übelstweit weggepusht. Ich bin tot. Nein. Ah, scheiße. Steven. Komm, du schaffst das, du schaffst das. Ich füge jetzt hier ganz dramatisch für Musik hinzu. Ah, Hilfe. Du bist einfach von zweig. Du bist einfach von zweig. Au. Wie sie sagen, sehen wir uns in der dritten Runde gehen. Die hat einen besseren Start. Die hat einen besseren Start. Lass aber weiter in den Wald rein. Weiter in den Wald rein. Ganz hoch, okay? Ich hab grad jemanden schon geschlagen. Geh hoch auf den Berg. Geh hoch auf den Berg. Nein, nicht auf den Berg. Nein, nein, nein. Komm runter, komm runter, komm. Komm. Nicht da. Da hinten ist auch ein Bär, glaub ich nicht. Komm, einfach mitkommen. Ja, was, wenn jetzt hier nichts ist? Dann sind wir gefickt. Das führt da, glaub ich, eine ganz gute Runde jetzt. Weil da vorne, da vorne ist, glaub ich. Komm mit. Da vorne beginnt wieder Wäldern bei Wäldern. Ja, da vorne ist... Da ist keiner. Wäldern ein bisschen... He's the baller. Und da vorne sind Leute, Sneak. Links sind Leute, siehst du sie? Nein. Mach mal, mach alleine schnell, okay? Mach der Schäbis. Lack, 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 Lack. Bin ja einfach unten. Ja, hier. Hier. Hinter dir. Ey, war ne Scheißuhn. Hinter dir. Da vorne waren die. Scheißuhn. Da vorne waren die. Da vorne waren die. Da, frees XC. Hier unten geht's rein. Hier rein 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 rein. Oh Gott. Ah. Pass bitte auf mich auf. Nein. Komm aus. Ach, Alter. Ich war schon, dass wir uns schlagen können, dass ich Schaden bekomme. Echt jetzt? Kriegst du Schaden? Nee. Okay, ach so. Nein, okay. Ja, ich krieg keinen Schaden. Ich hab's gemerkt. Lass mal kurz bitte. Lass mal kurz bitte. Was machen wir bei Fight Time 2 mit? Können wir bei den Zuschauen sagen? Auf die Fight Time 2 mitmachen. Klar. Ich würde sagen Ja, wenn du nicht willst, dann pfff. Ich bin da jetzt so abgehoben, ich hab immer nachzud learners. Also ich finde das jetzt nicht, dass ich es mit so jemanden wie dichter antreten muss. da kann ich aber einen wer das machen würde die idee so was machen würde fängt mit er ich gehe weiter runter das geht hier richtig tief wir könnten auf die erhöhe das geht auf die erhöhe runter das ist ein richtiger der bach darunter geht ja nur zufällig habe ich das wasser entfernt ja ja aber das ist besser runter zu gehen durchs gelass nice wir haben eine schlucht gefunden sehr sehr gut du musst einfach nur den gang lang kommen den ich aber den gang weiter gehen und weiß dass ich noch gefunden habe jetzt nein ich habe weil ich habe einen spawner gefunden als alter nice aber den gang hier weiter lang ja ich komme sofort ich gebe mir im moment ach baue ich weiter habe ich werde schon alleine hier und so ich komme ich möchte nur irgendwas abwarten also hier einfach kommen siehst du mich ja ja hallo ist einfach in stich oh gott und hier waren gold apfel drin okay so ich gehe jetzt mal so gut ich gehe jetzt mal hier in die schlucht rein ja und hier ist mir nicht zu mir genau über dir hier in die schlucht rein ich hab dir jemand eingeladen hier genau gefilte einfach an alter ja 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 ich wollte doch einfach nur dass ihr freunde werde ich habe eine karotte jetzt richtig viel eisen wir können locker voll einmal machen im boss schon ab komm mal ich schlacht jetzt eine zombie herausforderung dieser boost einfach also was ist das für eisen farm hier dahinten gibt es noch mehr guck mal geh du mal in die richtung dass man nicht nein 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 meint mein und dass man recht und eine gute und das we können du kannst nicht gut sins alles gold enteppung muss den gegnern alle ich sein jagen Junge gebt mir mal seinen ganzen eisen komm aus in der im ofen ist schon im ofen gut okay immer wieder hashtag gute absprache oh mein gott ich bin fast in lava gefallen nein du fällst komm mal hier alter was wer ist der king er 39 eisen wir brauchen ja nichts mehr oder doch ich bin fast voll eilen du oh mein gott unser ofen unser ofen alles weg was passiert ist das müssen wir so schnell nicht glauben aber weißt du was passiert ist ich wollte von oben runter springen und schreie den prank weißt was passiert ist von hinten kommt so ein scheiß zombie und schlägt mich so runter ich wollte hab dich dann in der luft geschlagen und dann kam der creeper mit runter weil ich den auch noch geschlagen habe oh gott ich bin jetzt voll iron das war einfach so geil steve händen ich komme jetzt gehe ich wieder den bord entfernt muss ganz schnell kommen sonst bist du tot komme ich laufe gerade übel fuck 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 ich bin so tot ich bin so tot nein ich liebe jetzt komme auch bitte ich komme ich komme ich renne du bist jetzt kurz im border aus nicht schlimm wir haben es geschafft oh mein gott 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 hier ist der border oh mein gott grad so geschafft stopp jetzt haben wir Zeit stopp jetzt haben wir Zeit das alles nur weil ich das hier machen wollte wenn den langweilig ist haben die glaube ich nicht so viel geframt warte ich nehme gott zu mir ich sehe sie nicht ja komm nur ist auf alle reinlaufen davon sind sie was was easy warte warte ich puste ich danke nochmal ich bin nicht hinter dir jetzt am besten warte ich bin nicht hinterher ich bin nicht hinterher er wird gleich eine richtige drehung machen warte ich kann gleich den ersten hinsetzen ach komm ey schlag mich schlag mich schlag mich schlag mich warte nochmal nochmal warte go 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 komm 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 hol ihn dir hol ihn dir jetzt die vereinen sich da vorne wieder ja ja sollen sie ruhig warte komm da vorne sind noch mehr da vorne sind noch mehr alles drauf komm einfach drauf komm der ist low ja er ist warte da vorne kommen die Leute da vorne sind sie da vorne sind sie go 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 lass sie erstmal mit Bo drauf gehen der eine hat die ja Brustblutten der hat er noch nicht nein das ist ein Skin der hat auch Bogen ok einmal getroffen zweimal getroffen ja komm zurück ich bin nicht auf deiner höhe komm zurück bitte ja mann dürfen eh nicht 1 2 zweimal fast selber auch mehrmals getroffen mehrmals getroffen ja ok 3 2 1 der eine hat einen goldaflug genommen glaube ich nicht oh Gott ich bin tot ja ich bin tot meine leiche ich bin tot ich bin tot aber ich bin tot aber ich bin tot sehr sehr gut aber das war glaube ich die erfolgreichste Runde bisher ne ja dann würde ich sagen guckt auf jeden Fall beim lieben chaotischen Fabi vorbei ja ja dann würde ich sagen wenn euch diese Folge gefallen hat lasst doch einen Daumen nach oben da und euch noch einen schönen Abend, Tag, Mittag meine schönen Endbegrüßungen aber die ich sage dann dann ja euch noch einen schönen Abend, Mittag kommt auf einmal wenn ihr das Video seht dann tschüss tschau